Und jetzt? Das fragt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau in einem Brief an ihre Mitglieder. Die Kirche macht den Verlust eines geliebten Menschen zum Thema. Trauer, Trost, der Umgang mit dem Schmerz und die Frage, wie gehe ich mit Trauer um? Mit der eigenen, aber auch mit der Trauer von anderen Menschen. Wenn man sagt, ruf mich an, wenn du was brauchst, das wird kein Trauern da machen. Das ist eine zu große Hemmschwelle, sondern immer wieder, man kann auch eine Textnachricht schreiben oder einfach kurz durchklingeln oder anrufen und sagen, ich gehe jetzt einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Sowas wäre ein gutes, konkretes Angebot. Über 1,5 Millionen Briefe hat die Kirche verschickt. Darin ist auch ein Wegweiser für Trauernde und für Tröstende. Für den Umgang mit der eigenen Trauer, Ratgeber und Seelsorge. Aber auch, wenn man Trost spenden möchte und nicht weiß, wie. Denn viele Menschen wissen gar nicht, wie sie den ersten Schritt nach einem Todesfall gehen sollen. Gerade Menschen, die trauern, erleben es ja, dass es oft nur eine Hilfe gibt. Nämlich, dass andere sich für sie interessieren und andere an ihrer Seite sind. Und das anzusprechen, ist es glaube ich wirklich wert. Solche Kärtchen schreiben, solch anrufen, solchen Besuch machen. Gibt es irgendwie da auch Punkte zur Orientierung? Und da haben wir ganz praktische Hinweise, was vielleicht hilfreich sein kann, Menschen ihre Freiheit zu lassen, selbst zu entscheiden, wie nah der Kontakt sein soll, aber wie auch gute Angebote aussehen können. Mit Bannern an Kirchtürmen macht die Evangelische Kirche in Hessen und Nasser auf ihre Aktion aufmerksam. Und sie bietet bis Ende November viele Veranstaltungen, Konzerte und Vorträge, aber auch Trauerwanderungen und Gesprächsabende, damit der Umgang mit der Trauer kein rotes Tuch mehr ist. Es ist nicht unüblich, dass Menschen die Straßenseite wechseln, wenn sie einem Trauernden begegnen, aus Angst und Scham davor, was sage ich jetzt, mir fällt nichts ein, ich weiß nicht mal, wo ich hingucken soll. Und in dem Moment, in dem es Abendveranstaltungen zur Trauer gibt, man über Trauer ins Gespräch kommt und einem letztlich bewusst wird, dass es einen jederzeit auch treffen kann, dass man jemanden verliert und dann auch in Trauer sich befindet, wird glaube ich schon ein großer Beitrag geleistet. Mehr Infos für Trauernde, aber auch für Tröstende gibt's im Internet.